Musik Du sag mal, Willi, glaubst du, dass heute sich wirklich drüber freut? Na, irgendeine dämliche Bemerkung wird er sicher wieder machen. Du kennst, ja, je mehr er meckert, umso mehr freut er sich, wa? Na, hör mal, ist doch ein schönes Geburtstagsgeschenk. Gemeinsamer Grillabend inklusive Getränke, gestiftet vom Ehepaar Poller für seinen Freund Horst Maurer. Was du ihm gesagt hast, der nachträgliche Abwasch werden das Geschenk mit einbegriffen. Ich glaube, da hast du ein bisschen übertrieben, wa? Na, hör mal, wo der Junggeselle ist, können wir ihm den Gefallen doch nur auch noch tun. Der ist derartig munter in letzter Zeit, wenn der nicht aufpasst, ist er bald kein Junggeselle mehr. Du bist wohl neidisch, weil... Sag mal, wann kommt denn der überhaupt? Ich hab ihm gesagt, er soll sich nie überschlagen. Wir bauen hier alles auf, dann können er und der Jeste antanzen. Sag mal, wollen wir den Grill schon anschmeißen? Nee, du, das machen wir erst, wenn der Pfeifenkopf da drüben da ist. Hört denn, du meine, Jüte. Sag mal, hat er den etwa auch eingeladen? Ja, wusstest du das nicht? Nee. Wen hat der eingeladen? Huh, wie kommen Sie denn hier rin? Mitten hier heim, ich riff über der Tür, der weiß, wie auf fremde Grundstücke kommt. Guten Abend, Herr Köhler. Guten Abend. Hat der wirklich den Retzlaff eingeladen? Na klar. Obwohl er dauernd Zoff mit dem hat? Tja, unser Freund Hotte ist eben so ne Seele von Mensch. Also ich nicht, wenn der kommt, bleibe ich weg. Also nun machen Sie die Ohren noch Zoff. Jetzt gibt Grillwürsche, Bierchen, ist ja auch schon jetzt ab. Nee, 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 Moment mal. Also Würste gibt's erst, wenn wir Feuer haben. Und Feuer haben wir erst, wenn der Retzlaff da drüben da ist. Hotte sagt nämlich, wenn wir dem vorher schon den Garten voll qualmen, dann meckert der bloß rum. Und wenn er hier ist, meckert er genauso. Der meckert doch immer. Da ist er ja bei Hotte genau an der richtigen Adresse. Also ich weiß wirklich nicht, ob ich bleiben soll. Ich gebe. Ah, da kommen schon die ersten Namen, Frau Girol. Ich darf mich schnell noch einmal melden. Herrn Köhler haben Sie gerade kennengelernt. Werner Köhler hat einen Sportartikelgeschäft. Ansonsten hat er auch ein Auge auf Katja Gerold geworfen. Nein, das ist nicht diese Dame. Das ist ihre Mutter, Elisabeth Gerold, die unglücklicherweise ihrerseits ein Auge auf Werner Köhler, na, sagen wir, gerichtet hat. Diese Überkreuz-Sympathien bringen Werner Köhler gelegentlich in schwierige Situationen. Da freue ich mich aber besonders, dass Sie heute Abend auch da sind. Ganz auf meiner Seite. Das gilt natürlich auch für Sie, Katja. Er verteilt seinen Charme auf alle. Ja, und wie ich unschwer bemerke, gehen Sie jetzt nicht mehr, Herr Köhler, was? Ach, Sie wollten nicht bleiben? Na ja, wegen dem da drüben, dem Retzlarf da. Der ist doch gar nicht da. War ja gestern schon den ganzen Tag nicht hier draußen. Ja, der kommt aber. Heute hat ihn doch eingeladen. Den Retzlarf? Na klar. Na, das wird ein Abend. Na, erst mal Prost, Mann. Ja, Prost. Keine Sorge, ich bin ja bei Ihnen. Selbst mit uns hat der schon gestänkert. Dabei sind wir beide doch nun wirklich ruhige Anwohner. Na ja, vielleicht krempeln wir den heute Abend alle gemeinsam um, oder? Schön trockenen Bier, wie mein Freund Franz immer sagt. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Köhler. Guten Abend. Wer ist denn das? Auch ein geladener Gast? Nie, das ist ja matutat. Er läuft in den letzten Tagen hier immer in der Gegend rum und zieht sich die Gärten an. Wohnt aber wohl in der Stadt. Ich hab ihn vorher nie gesehen. Ich hab ihn vorher nie gesehen. Ich hab's doch gleich gesagt jetzt. Herr Maurer. Ha, das Fest beginnt. Herr Maurer, ein Diebstahl. Ich sah dir, auf diesem Gelände wird geklaut. Aber du bist fair geklaut. Nein, wir sind nur nette Leute. Hören Sie mal. Herr Maurer ist im Moment noch nicht da. Was haben Sie denn für Sorgen? Können wir vielleicht was für Sie tun? Ach, Sie sind die Freunde von Herr Maurer, ja? Ja, hier Stadt und Poller ist meine Frau. Sie sind der Hanig, ja? Adalbert ist weg. Wer ist weg? Adalbert, mein Riesenrammler. Was sind denn das für Ausdrücke? Ja, diese Tiere heißen so. Und den hat er mir entwendet geklaut, wenn sie es besser erschienen. Er ist ja nur ausgerissen und läuft jetzt bei Retzlarf im Garten rum. Adalbert ist ein Zuchtkaninchen. Lass ihn im Garten rumlaufen. Riecht dich doch nicht auf, Otto. Wir finden ihn schon wieder. Soll mich nicht aufregen. Du weißt, was der gekostet hat. Inklusive Zuchtstahleinrichtung. Runde 250 Mark. Was so viel für so ein kleines Schlappohr? Also spreche ich euch nicht über Dinge, die Sie nicht verstehen. Und ich habe mir extra eine vorwüchsige Rasse ausgesucht. Was für eine Rasse? Ich sage, Sie verstehen nichts davon. Vorwüchsig? Ach, was red ich denn? Entschuldigen Sie bitte. Mein Mann meint das nicht so. Seine Kaninchen sind eben sein Ein und Alles. Geh doch mal vorsichtig in den Garten von Retzlarf rüber. Er ist ja im Moment nicht da. Vielleicht, dass Adalbert durch das Loch... Aber den Garten betrete ich doch nie wieder. Den nicht. Obwohl ich mir denken kann, dass der Mann Kaninchen stiehlt. Der will sich an mir rächen, da bin ich sicher. Wir suchen nochmal. Wir suchen nochmal. Wo sollen wir denn noch suchen? Vor drei Tagen ist uns doch ein holländischer Schecken weggekommen. Klingt ja wie ein Pferd. Nein, nein. So eine besondere Kaninchenrasse ist das. Auch durch den Zaun zu Retzlarf. Vermuten wir. Ist weg seitdem der Kleine. Ach, der da. Ja, ich komme. Wann geht's denn los bei Ihnen? Ach gut, kommen Sie, wenn Sie wollen oder wenn anfängt nach Bratwurstchen zu riechen. Ja, ja. Da, 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 da. Jetzt. Komm her. Du alte Kanone. Ja, was ist los? Wird jetzt ein Tusch gespielt oder was über andere Jäste einladen? Hör mal, wir fangen ja gerade an. So, und hier wäre nur noch zu sagen, dass die Dame an der Seite von Horst Maurer Hanni Hartmann heißt. Hotte geht mit ihr, wie er es ausdrückt. Und sie war es wohl auch, mit der er schon ein bisschen in seinen Geburtstag hineingefeiert hat. Herrn Harnig und seine Gattin haben wir vorher kennengelernt. Beide suchen noch nach Adalbert, werden dann aber auch hier erscheinen. Wann Herr Retzlarf kommt, weiß man noch nicht. Wenn er aber kommt, nimmt das Unheil seinen Lauf. Sie werden es erleben. Hören Sie gut zu, wenn Sie mitspielen wollen. Ich sage Ihnen zur rechten Zeit, unter welchen Telefonnummern Sie uns anrufen können, um unsere Frage zu beantworten. Im Hintergrund, jetzt noch im Dunkeln, steht nämlich ein Baum, an dem sich jemand zu schaffen gemacht hat. Wer war es? Das ist die Frage, die Sie beantworten sollen. Gut aufpassen also. Ich melde mich wieder. Ich melde mich wieder. Ach, der tut gut. So. Ich stelle mal den Cognac auf Eis. Was willst du machen? Sekunde. Cognac kalt, das sind Sitten? Na und wenn, heute trinkt man doch Rotweig schon gekühlt. Außer muss man ja nicht mal in den Sitten von früher hängen. Also wirklich. Reine Generationsfrage, Herr Köhler. Na, du machst Herr Köhler nicht älter, als er ist. Also, alt scheint mir hier überhaupt noch einer zu sein, nachdem je, was ich so höre, der da drüben, oder? Herr Herzlach, da haben Sie recht, so wie er sich der verhält. Vor einem Vierteljahr hatte ich mal einen Riesenkrach mit dem. Daran knabbere ich heute noch. Aber vergessen ist nichts. Der wird sich doch wundern. Anni, kommst du mal? Ja. Willi, wenn sie länger als eine halbe Stunde drin bleibt, gehst du mal nachkicken. Bist wohl neidisch, wa? Ach, lassen Sie doch, er hat doch geworzt. Na ja, und, Hörse, war ist das vielleicht nüchstier, ja? Und eine besondere Überraschung haben wir außerdem noch für jeden. Willi, pass mal auf, wenn Erwin kommt. Nicht, dass er einen Schreck kriegt, wenn er bloß euch sieht und gleich wieder umdreht. Also, solange du mit deiner Letztverlobten da drin bleibst und deinen Kopf nicht raussteckst, wird er schon nicht so rückschrecken. Sag mal, wer ist denn Erwin? Das ist ein Kollege von heute. Der hat ein neuer Skatbruder von uns. hat ihm gestern hier ein paar Sachen erledigt. Na, ich denke, vielleicht sollten wir schon mal ein bisschen Holzkohle in den Grill tun. Ja, die Tüte ist im Schuppen. Ich helfe Ihnen. Sagen Sie mal, hatten Sie eigentlich auch Erja mit dem Blubberkopf da drüben? Ach, na ja, ich hab mit ein paar Freunden Musik gehört. Stones war ihm natürlich zu laut. Ach, Rolling Stones sind mir auch zu laut, ja. Die ganzen Kohlen hier auf der Erde, warum denn das? Wir könnten weiterhin ja auch mal gemeinsam gegen ihn vorgehen. Gegen Retzlaff? Wer wir? Sie und ich. Ach, äh. Hatten doch beide genug Ärger mit ihm. Also eigentlich liegt mir sowas gar nicht. Komisch. Manchmal haben Frauen mehr Mut als Männer. Ich bin ja auch nicht ständig hier draußen. Außerdem sind Sie jetzt ungerecht. Ich meinte das anders. Wie bitte? Aus. Brötchen. Ach, gut. Sie sollten öfter mal rauskommen. Gestern den ganzen Nachmittag eine himmlische Ruhe. Kein Mensch war da. Ich denke, der Freund von Herrn Maurer. Na ja, hier. Wir wollen doch ein Stückchen weiter weg. Ja, na nun sollten wir vielleicht doch mal wieder ein bisschen nach vorne gehen. Ich glaube, die kommen da zurück jetzt. Das ist ja schön, aber was machen denn die anderen so lange da drin? Ich hol dir doch mal hier. Du wolltest den Cognac da reinstellen. Das hab ich gesagt, das mach ich auch, du. Wollen wollte ich aber eigentlich ganz was anderes. Ach, übrigens, ich gewöhn mal so ja an Stielmöbel, wenn's sein muss. Dann fang mal an. Aber das geht dir da draußen nichts an, nicht? Jetzt jedenfalls noch nicht. Ja, hab ich dir nicht gesagt, dass ich schweigen kann? Das wird man auch ausgebeten haben. Das gibt der Zoff. Aber doch nicht meinetwegen. Nee, nee, du kannst ja schweigen, ne? Sag mal, was ist eigentlich mit deiner Eingabe geworden? Jo, wiss ich. Kennst doch die Behörden, nicht? Erst hab ich geschrieben, denn der Retzlarf. Na ja, dann hat's ja dauert. Nun hab ich wieder geschrieben und nun dauert's schon wieder. Und alles wegen eines einzigen blöden Baums. Ja, Baum, dass ich nicht lache, du. Um einzigen Ast von dem Baum hier, das. Aber das ist nun mal Eiche, du. Und solche Waldfrüchte, ja, die stehen unter Denkmalschutz. Naturschutz. Ja, ist mir auch egal, du. Frachtedgartenbauamt, die wissen das besser, bloß die Antworten eben nicht. Ja. Ach, und der Erwin ist da. Na, dann wollen wir mal wieder. Warum hast du denn den Kerl überhaupt noch eingeladen? Kerl, du, Erwin ist mein Kollege und Freund. Nein, den meine ich doch nicht. Ich meine doch den Quirulanten da drüben. Tetzlaff, oder wie der heißt? Retzlaff, mit Rau, wie, 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 wie Rochos. Den hab ich nämlich auf ihn. Ja, und warum lädst du den ein? Tja, vielleicht will den Ärger, komm. Na, ich weiß nicht, ob das alles richtig ist. Ich kann dir eins halt ja versprechen, das lohnt sich wirklich viel zu sagen. Du hör mal, Hotte, ich hab ja zwar keine Stoppuhr dabei, aber es hat ganz schön gedauert. Das hab ich vom Jartenbauamt gelernt. Wo ist denn, Erwin? Hier bin ich doch schon. Grüß dich, Erwin. Glückwunsch, Glückwunsch. Danke dir. So, dann schenkt mal eine Gerstenkalkschale ein, ja? Ich bin ja schon dabei, ist ja schon in der Arbeit. So, darf ich euch mal bekannt machen? Ja. So, das mach ich jetzt. Das ist Fräulein Gerold. Oh, da muss ich ja den Bauch einziehen. Das ist Erika, wie ist Frau? Sehr angenehm. Oh, das ist Frau Gerold und das ist Herr Köhler. Angenehm. Das ist meine Süße da, meine Letzterlobte. Jetzt hast du aber festgelegt, du. So, das ist unser Kollege, Herr Klupsch. Ich meine, wir können auch Erwin zu ihm sagen und das machen wir jetzt auch. Großartig. 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 Wir haben denn hier alle nur durst, ich hab Hunger. Die Vorbereitungen laufen schon. Ach, wie sehen Sie denn aus, Herr Köhler? Genau wie Sie. Wo ist denn der Wasserhahn? Warm Luft im Augenblick nicht, hab ich abgedreht. Dann gehen wir zu mir. Oh ja, gern. Also ich hab das Gefühl, hier bilden sich Pärchen, ne? Was du dir alles einbildest, willst du? Na, entschuldige mal, also erst die, ne? Und jetzt die. Äh, wollen wir vielleicht auch jenen? Erwin, pass auf, da kriegst du er mit Herrn Köhler. Nun hört doch auf zu kuppeln. Fräulein Gerold hat ganz recht. Gibt es jetzt was zu essen oder nicht? Du gib doch mal einen Moment Ruhe, ja? Wir warten noch auf Retzlau. Warten. Bist du der von dem Mann? Und den hast du eingeladen. Ach, du dicke Neune. Ja, ist vielleicht ein Trick von mir. Ja, und davon kennt er eine ganze Menge. Stimmt's, Hanni? Muss ich mal drüber nachdenken. Du hört doch mal auf, wenn wir hier Feuer machen, ehe der kommt, ja? Wenn er überhaupt kommt. Genau, dann meckert er. Ist er aber dabei, dann haben wir vielleicht Ruhe. Oder genau das Gegenteil. Das könnte ich mir vorstellen. Willi, schenk mal einen kurzen ein. Siehst du die Flasche da stehen? Pass mal an, ob sie kalt ist. Ach, das strömt ja schon wieder in. Guten Abend, Frau Harnig. Danke, Herr Maurer. Ich grüße Sie. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke schön. Nicht unterabatten, sonst noch mal wild. Geschenke sollten ja keine sein. Nee, haben alles wie übernommen. Das ganze Fest, eine Sonderüberraschung. Ja, und den Abwasch. Wie bitte? Na ja, hinterher. Also, wenn Sie sich beteiligen wollen. Gerne. Wir sind auch dabei, nicht Katja? Wo ist denn Ihr Mann? Auch ein klarer Fall, ne? Der reicht erst mal Adelbert sein Abendessen. Nein, eben nicht. Der ist verschwunden. Adelbert. Na, da flippt Ihr Mann doch total aus, ne? Hat er einen Fluchthelfer gehabt? Wie meinen Sie? Na ja, so wie neulich bei mir da durch den Zaun durchgebuddelt, der Adelbert. Mein Mann lässt ihn selten frei herumlaufen, wissen Sie doch. So, Frau Hanig, ein schönes Kühles. Oh nein, danke schön. Nicht. Wenn ich vielleicht ein Gläschen Wein haben würde. So, na hoch, Frau Hanig. Ich mach das dann. Der Käfig stand offen, obwohl mein Mann zugeregelt hatte. Adelbert ist gestohlen worden. Ach was. Als wir vorhin gekommen sind, stand der Käfig offen. Von Adelbert keine Spur. Tja, bitte. Also, der Abend ist geschmissen. Herr Hanig ohne seinen deutschen Riesen. Tja, aber sag mal, wer klaut denn hier so ein Schlappohr? Gegrillt wird schließlich überall. Herr Klubsch. Ach, war nicht so gut, war nicht. Dann nehm ich dir zurück. Also, Frau Hanig, wann kommt denn Ihr Mann nun? Ach, sucht die ganze Kolonie ab. Ach, sagen Sie mal, kennen Sie den älteren Herrn, der hier immer rumschleicht? Den älteren Herrn? Ach, äh. Ach so, Sie meinen den Herrn Matutat. Aber der schleicht nicht, Frau Hanig. Der ist ehrenwert. Ach, vielleicht hat Retzlaff zugeschlagen. Hat sich doch auch schon über das Tier aufgeregt. Nein, nicht über das Tier, über den Geruch. Ach so. Da laufen ja noch mehr rum als nur Adelbert, nicht? Und nach Ambrosia durften die nicht. Ach so. Mensch, Hotte, du fangst nur die Uhr noch an zu stinkern. Sei friedlich und feiere deinen Geburtstag. Ich bin ja nicht drin. Ich gucke doch lieber noch mal schnell nach, wo mein Mann ist. Oh, warst du ganz allein in dieser Dunkelheit? Soll ich nicht lieber mitkommen, ja? Oh, da wäre doch wohl eine männliche Begleitung besser. Also hören Sie mal, Frau Gerold, wenn Sie jetzt auch hinterherlaufen, dann hebe ich die Feier hier aber auf. Also hier herrscht Frieden, hier wird gefeiert. Na, Marotte, hast du heute eigentlich schon Post gekriegt? Was habe ich gekriegt? Na, Mensch, Post, Briefe. Gebursachsglückwünsche und so. Nee. Was denn? War Janisch im Kasten heute Morgen? Kasten? Ach, Briefkasten. Ja, Briefkasten, was denn sonst? Nee, nisch. Ist ja ja nicht nötig, nicht? Ich habe euch, ihr habt mir die Feier geschenkt, die Kabinette Gäste. Eine kleine Überraschung gibt's auch noch. Nicht verraten, nicht verraten. Also, war Janisch im Briefkasten heute Morgen? Sag mal, musst du dauernd auf meine Psyche rumtrampeln? Ich habe euch und eure Glückwünsche und das reicht. Was ist denn nun? Kommt denn dieser Kerl nun oder kommt er nicht? Ja, ich weiß nicht, das ist ja alles ganz duster da drüben. Ach, da ist er. Ja, der Mattutat, der hier immer rumloufte. Moment mal, Herr Mattutat, soll ich Sie mal einen Augenblick sprechen, ja? Da waren es nur noch fünf, zehn kleine Nägerlein. Los, Hotte, wir hauen jetzt auch beide ab. Wir holen jetzt erst mal die Kanapés, damit uns hier keiner verhungert, ehe der Grill hier angeschmissen wird. Kanapés? Ja. Erika hat ihre feine Viertelstunde. Das sind ganz kleingeschnickte Stullen. Ach so. Zentwitsche. Naja, also auf alle Fälle ist es was zu essen, nur komm endlich, du Komiker. Wenn Sie gestatten? Zigarren stinken auch. Die nicht. Also Hanischskarnickel waren wirklich schon schlimmer. Und die Zigarre hilft gut gegen den Micken. Sie haben gestern hier gearbeitet? Hab ich. Hotte ist ein alter Freund von mir, hat aber leider zwei linke Hände. Das hier ist zum Teil meine Architektur. Wir haben Sie aber gar nicht gehört. Wo wohnen Sie denn? Stückchen weiter. Solange ich hier nicht mit dem Vorschlaghammer zu jange bin, da können Sie ohne stören. Normalerweise ist hier wirklich eine himmlische Ruhe, aber Störenfriede gibt's immer. Heute Nachmittag hat wieder jemand Musik gedudelt in einer Lautstärke. Also jetzt kommen Sie mir schon vor wie der Retzlaff. Und? Was ist das? Wieder einer. Was ist denn überhaupt? Sie wissen ja gar nicht, wie sensibel diese Tiere sind. Was ist denn überhaupt? Ich kann rumlaufen, wo ich will. Entschuldigung. Was dämlich ist. Wie eine Angemotz, warum ich am Dunkeln herumlaufe. Ah nicht mein Name. Herr Wundern. Ach, der Karnickelvater. Ihre Frau läuft auch gerade rum, sucht Sie. Soll lieber meinen Rammler suchen. Warte. Sie müssen sogar, das beruhigt. Bierchen dazu? Gerne. Ah, da ist er ja, der Herr Harnig. Oh. Na, ist er wieder da, Ihr Karnickelbock? Das ist ein, kein Karnickelbock, das ist ein Fucht. Ja, das wissen wir ja nun. Beruhigen Sie sich erstmal und Prost. Prost. Hab ich heute schon mal gehört, beruhigen Sie sich. Prost. Prost. Herr Mauer. Können Sie sich vorstellen, wer hier Kaninchen stiehlt? Nee, keine Ahnung. Ich meine, unser Freund nebenan, der ist zwar Stammgast bei seinem Rechtsanwalt, ja, aber immer nur, weil ihm was angetan wird, wie er meint. Aber klauen tut der Klobig nicht. Ach, Harnig, na, schön, dass Sie auch da sind, na? Hat sich Adalberten wieder angefunden? Du, sprich ihn bloß nicht auf seinen Riesenrammladen, sonst verschüttet er noch das Bier. Muss man sich denn hier auch noch veralbern lassen? Ruhig, Blutmeister, Zierre. Ja. Südjegende Mücken und übertünchte Gerüche. Wie meinst du denn das? Ach, nisch, meint er nisch. Erika, kann ich in meinem Moment sprechen? Ja, komm her. Nee, 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 hinten. Ha, 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 hat Geheimnis auf meinen Geburtstag, ne? Ja, ja, ja. So, also wenn dieser Kerl jetzt nicht bald kommt, dann machen wir doch Feuer. Vorher vielleicht noch ein Oudover? Schön. Jetzt hast du wohl deine feine Viertelstunde, was? Macht sich doch ganz gut, Herr Maurer. Sie fängt wieder an nett zu werden zu mir. Als Oberkellner für einfachere Gartenlokale? Jetzt hat sie doch noch zugeschlagen. Ach, haben Sie Streit mit Horst? Wir hatten. Schon vorbei. Stimmt's, Frau Gerold? Na. Na ja. Ich geh mal kicken, wo die anderen bleiben, ja? Was gab's denn mit ihm? Er meinte neulich, meine Tochter passe besser zu Herrn Köhler. Einverstanden. Würde ich auch Interesse anmelden. Hören Sie mal, Herr Köhler ist älter als ich. Und Sie haben ein Gedächtnis wie ein Elefant. Bitte? Sie vergessen nichts. Aber das hat doch Horst nicht gesagt. Das mit dem Alter. Deutlich genug. Na ja. Herr Maurer ist eben nicht immer so zart fühlend wie unser einer. Also nein, nein, nein. Da kennen Sie ihn schlecht. So, Erika, Erika. Erledigtet schnell. Ja, sicher ist sicher. Ja, ich such doch noch die Möchel. So, Kinder. Wenn kein Fest gestartet wäre, ne? Ach, da ist ja der Suchtuch schon. Na, wo ist ein Adalbert? Otto, ich dachte, du hättest ihn gefunden. Dann würde ich dich diesen Klimmstängel hier rauchen aus lauter Verzweiflung. Mann, das ist eines zu 80. Was? 80 Pfennig? Ein bisschen happig, finde ich, ne? 30 Pfennig, würde ich sagen. Warum habt ihr denn den Alten nicht gefragt, der da vorbeigewandert ist? Welchen Alten? Nach dem Matteltat. Matteltat. Gib mal an, du, den du alles kennst. Ach, Herr Köhler, kennen Sie den? Nein, kenn ich nicht. Ist genauso unsichtbar wie Ihr Adalbert. Also hören Sie mal, wenn ich schon Ihre dubiosen Zigarren hier rauche, ja? Dann nehmen Sie mich hier auch noch von Armen. Das Tier ist schwer ersetzbar für mich. Können Sie denn nicht einfach ein anderes kaufen? Das geht nicht so einfach. Wir mussten doch erst mal sehen, ob die Häsin, die wir haben, Adalbert nicht abbeißt. Was heißt denn hier abbeißt? Erwin, hier nicht in weitere Einzelheiten. Na, ich sage, Sie verstehen alle nichts davon. Also, das Muttertier, ja? Soll Junge setzen. Klar? Klingt ein bisschen verquast, ist aber klar. Fachleute reden immer verquast. Weiter. Nun, dann muss man erst mal probieren, ob die Häsin den Rammler auch will. Ob sie nicht abbeißt. Und das war nicht der Fall? Nee. Ein unwahrscheinlich kluges Tier. Jetzt rätst du aber verquast. Auf dem Gebiet hält er sich für einen Fachmann. Sagen Sie mal, Herr Poller. Herr Poller, wo sind Sie? Ja, hier bin ich sofort. Na, bist du fertig? Ja, so gut wie. Ja, ich komme schon. Ich eile. Ich bin ja schon da. Also, wissen Sie, mein lieber Tierzuchtverein. Ich würde mir in einem solchen Fall einen neuen Hoppelmann kuchen. Also, was sind denn das für Ausdrücke? Das ist kein Hoppelmann. Das ist ein Zuchtrammler. Na, sieht man das nicht auf den ersten Blick, ob das ein Kümmerer ist oder nicht? Na ja, vielleicht kommt er ja wieder, Herr Haar, nicht. Ja, als Gerippe. Also, Willi, mir ist das jetzt egal mit dem Retzlarf. Ich hab Hunger, schmeiß den Grill. Das ist ja, ich bin ja. Du, ich glaube, ich glaube, jetzt ist er gekommen. Wer ist gekommen? Na, der, der Stenkerfritzler. Retzlarf, du Tatsache, da brennt Licht. Jetzt geht's los. Wie meinet ihr denn? Ja, wenn er eingeladen ist, wird er kommen. Und dann sehen wir weiter. Ja, wir sind ja wohl mehr als er. Ja, der schafft auch uns. Ich bin auf mein Fahrrad schwingen und verduften. Also, nur ist aber genug. Ruhe, Mensch, hier, mein Garten. Was flüstern wir denn hier alle rum? Psst, psst. Wenn der stänkert, stänkere ich auch. Ja, Moment, Moment doch mal. Vielleicht stänkert der gar nicht. Eben. Fürchte doch. Zu der Befürchtung schließe ich mich an, aber ich hab nur mal eingeladen. Herr Harnig. Wenn Sie mir versprechen, nicht laufend über Ihr deutsches Edelkartikel zu sprechen, ja? Bitte. Ich hol ihn jetzt rüber. Ja, der soll mal kommen. Oh, du, mach du doch hier keinen extra Ärger. Er hat ja Adelbert nicht. Weiß man das? Also. Was denn jetzt? Ja, ich hab den Dimmer ein bisschen runtergedreht. Das ist gemütlicher im Dimmerlicht, wa? Da hab ich eingebaut, den Dimmer. Ja? Kann man das Festlicht im Jarten mit Regeln gut machen? Und eine extra Schaltung für den Baumscheinwerfer, Willi. Mach mal noch ein bisschen dunkler. Nee, lieber nicht, sonst tritt im Dunkeln wieder einer auf das edle Zuchtkaninchen. Na, Sie haben sich doch auch schon mal über meine Tiere beschwert. Vergessen Sie es, Herr Harnig, vergessen Sie es. Nee, nee, nee. Da bin ich für Frau Gerold, wenn es um meine Tiere geht. Wie meinen Sie denn das? Ach, Kinder, nun mal sachte Mensch. Wenn wir uns hier schon miteinander streiten, dann kriegen wir doch ja keinen mit dem da drüben, ne? Also, Ihr Adelbert, der findet sich bestimmt wieder an, Herr Harnig, da bin ich ganz sicher. Also, wenn der Retzlaff jetzt rüberkommt, denn seien Sie nicht Karnickelzüchter, seien Sie Mann von Welt, ne? Das bringt Herr Harnig. Naja, und was wir, also ich meine, die Damen hier so unter uns sind, wir machen das mit Charme, ne? Klar. Wovon hier noch vorhanden ist, das kann Herr Köhler bestätigen. Oder, meine Damen? Sie sollten auch nicht stänkern, Herr Maurer. Billy, du gehst jetzt ans Haun und rufst den, los. Gott, meinst du wirklich, ich hier soll das nicht lieber heute machen, was? Sag mal, soll ich? Habt ihr denn alle Angst vor dem? Wenn der miese Stimmung macht, fahre ich weg. Also, her mit dem Kerl, ich will es jetzt wissen. Also, gut. Herr Retzlaff! Lauter! Was? Sag mal, wir haben da Rind getrampelt. Na, meinst du eben. Herr Retzlaff! Ja? Was gibt's denn? Wir sind versammelt, einer fehlt noch, nämlich Sie. Etwas Geduld, bitte. Bin gleich da. Das ist er. Ach doch, Jans, Lied. Kommst du mit nach vorne rum? Ich steige niemals über die Säune. Nee, nee, ich meine nur, die Tür ist offen bis gleich. Wir freuen uns. Das du gleich immer übertreiben musst, ne? Das ist mal eine gute Kinderschnitte. Da treiben wir es doch auf die Spitze. Begrüßen wir ihn mit dem kleinen Trink auf dem silbernen Tablett. Ja, trinkt denn der überhaupt? Wahrscheinlich Appelsaft. So, das würde euch auch ab und zu mal ganz gut tun. Nee, Achtung, da ist er. Guten Abend allerseits. Guten Abend. Na, Herr Retzlaff, dann nehmen Sie bitte Platz. Kleiner Trinke fällig. Alles da, Schnäpschen, Kognak, Bier, Wein. Oder trinken Sie etwa nicht? In Maßen einen Wein bitte, aber trocken, ja? Wenn ich mir zuvor allerdings gestatten darf, eine kleine Überraschung. Noch eine. Aber Herr Retzlaff, das ist doch, ich meine, wir hatten doch ausgemacht keine Geschenke. Ich trinke Ihren Wein. Sie werden mich ja vermutlich auch zu Ihrer Grillwurst bitten. Na klar. Sehen Sie, und wo ich nehme, da gebe ich auch, sonst entsteht ein Abhängigkeitsverhältnis. Der hat Sorgen. Wie bitte? Ach ja, mein Freund, der ist manchmal ein bisschen vorlaut, also. Vielen Dank. Was ist denn da wohl drin? Ein Grillbesteck. Jetzt hat er es wehe. Gehärteter Stahl, mattiert. Zange, Gabel, Grillguthieber. Na, das ist doch klasse. Na los, Hockle, Patze, pack das aus. Hier, wir machen Feuer an und dann geht das richtig gut. Wenn ich mich übrigens bekannt machen darf, die anderen Damen kennen mich ja schon. Oh ja. Allerdings. Sie habe ich hier noch nie gesehen. Nee. Retzlaff mein Name. Sehr angenehm, Poller. Das ist mein Mann. Ja, hoch Poller. Haben Sie Spiritus da, Herr Poller? Ich kriege klar. Ja, soll ich von uns drüben holen? Moment, Moment. Sie wollen hier doch wohl keinen Spiritusgestank veranstalten. Wenn Sie Ihr Grillgut nicht kalt zu sich nehmen wollen. Nee. Selbstverständlich nicht. Dafür gibt es ja wohl Anzünder. Ja, wir haben keinen da. Dann helfe ich eben aus. Ich habe drüben genug. Ach, noch etwas. Ich war gestern mit meinem Wagen in Westdeutschland. Bin direkt hierher. Ihrer Einladung wegen. Es könnte sein, dass meine Frau anruft. Wenn Sie gestatten, sich das Telefon auf die Terrasse stelle, damit ich es hier auch höre. Ja, aber bitte, warum denn nicht? Nur, falls hier jemand lärmempfindlich sein sollte. Tja, na heute Abend doch nicht. Da machen wir ja selber Wäldchen. Also Lärm, ne? Wenn Sie jetzt netterweise den Anzünder holen. Gern, gnädige Frau. So schlimm ist der doch gar nicht. Der Topf. Gehst du da, bin ich sicher. Ach, der macht doch eigentlich einen ganz guten Eindruck, oder? Das war eine gnädige Frau, zu dir gesagt hat. Du, das finde ich eher komisch. Also du machst jedenfalls kein Newton-Eindruck. Wieso hat denn der Telefon in seiner Laube? Also ich war mal kurz drüben drin, als wir den Krach mit dem Ast noch nicht hatten. Drin! Echter Nobelschub. Verzeihung, Herr Poller. Könnt ihr mir noch mal kurz... Ja, aber will ich ja, jetzt komme ich ja sofort. Wann hast ihr denn dauernd? Kick mal, Willi, du. Der ist der dritte Mal bei mir draußen schon bekannt wie einer vom Fernsehen. Der kennt Leute, die ich nicht mal kenne. Tja, der Herr Poller hat irgendwas, das andere Menschen anspricht. Ja, 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 genau dasselbe wollte ich nämlich auch gerade sagen. So, Kinder, wer hilft mir denn jetzt mal die Würste und Buletten rauszuholen? Kommen Sie allein damit zurecht. Darf ich mich anbieten? Ja, finde ich sehr nett. Harry, was suchen Sie denn? Kommen Sie mal auch mit, nicht? Wir brauchen nämlich noch ein paar Teller hier draußen. Na, du doch nicht, Hotte. Du bleibst sitzen, du bist doch das Geburtstagspin. Das ist nur wieder... Herr Harnig! Das ist nur wieder los. Herr Harnig! Ja! Das ist nur ein Entscheid, das gibt einen kurzen. Hansi, das war doch wohl eins von Ihren Untieren. Ich züchte keine Untiere, ich züchte Kaninchen, verehrt es da. Kann ja auch die Katze von drüben gewesen sein. Aber eine Katze hat doch kleine Spitzeohren und nicht so eine Schlapplöffel. Konnten Sie denn was sehen? Ja, ein Schatten ist durch mein Begonienbeet getrampelt. Ein Kaninchen trampelt nicht. Ein Kaninchen hüpft. Jedenfalls war es ein Tier. Ich komme da. Kein Katze. Jetzt hätte ich direkt Lust, drüben auch mal im Begonienbeet rumzutrampeln. So, und das Geburtstagskind bleibt bitte ganz lieb, ne? Das verspreche ich dir. Sag mal, Willi, was hast du da vorhin gerufen? Es gibt einen kurzen? Na ja, in deiner Anlage, die du da gestern installiert hast, ne? In meiner Anlage gibt es keinen kurzen. Alles nach VDE lernt es ihr lernen. Ich denke, Herr Maurer fährt Bier. Ja, und er trinkt das vor allem, ne? Ja, nur, weil er sagt ja, wie ein Arbeitskollege von Ihnen. Auch eine Brauerei braucht Strom. Betriebselektriker sagt Ihnen das Wort? Nein. Ein Betriebsfeuerwehrmann wäre besser. Was? Ich dachte vorhin, ich höre nicht richtig, als hier das Wort Spiritus fiel. Ist doch lebensgefährlich. Wir sind die Anzünder, Gebrauchsanweisung steht hier. Danke, ich kenne die Dinger. Gleichfalls war. So, ja, geben Sie mal hier. Dann wollen wir mal sehen, ob wir das schaffen. Da! Da! Mensch, haben Sie mich erschreckt? Schon wieder! Wo ist denn du schon wieder los? Das ist ein Schatten, wie drüben. Der Begolienkiller. Adolbert! Der Meierittenkiller, der planiert ja die ganze Parzelle, du. Was? Das war doch Janisch. Bei der Eiche, ich hab's genau gesehen. Ach, bei der Eiche war Janisch. Die Klobe da vorne an der vertrockneten Eberesche. Da hab ich vorhin was gesehen. Eberesche. Unsinn! Das Tier lief dort. Wo? Wo? Adolbert! Komm her. Adolbert! Wo ist denn hier die Lichtanlage? Der Eiche, der Rote! Der Rote! Jetzt hat er doch den Grünen erwischt. Da! Wo? Wo ist er? Nein, es war doch die Katze. Wirklich? Ja, ich hab sie genau gesehen. Sage mal, du musst doch eine Katze vom Kaninchen unterscheiden können. Na ja. Die Katze hat einen langen Schwanz und Kaninchenchen für einen Kurzer an. Das ist eine Stunde. Wie lange reden wir denn schon? Wachen Sie nicht vorhin von Ihrer guten Erziehung? Ach Kinder, jetzt mal sachte. Mensch, hört auf, Willi. Schmeiß endlich den Grill an. Ja. Wo war die Katze? Ich hatte schon gehofft. Ja. Ich weiß, dass wir doch auch jetzt mal was essen. Na ja. Na, Maura. Ich sitze. Ich habe Geburtstag. Ja. Mich interessieren weder Katzen noch Karnickel. Herr Maura, bitte kommen Sie sofort, ehe ich die Polizei rufe. Jetzt kriegt er seinen Schub, habe ich's nicht gesagt? Was gibt es denn, Herr Nachbar? Was ist das, Herr Maura? Ja, das ist Ihr... Ja, das gibt's doch nicht. Sie haben widerrechtlich diesen Ast abgesägt, Herr Maura. Ja, sind Sie denn nicht ganz dicht? Warum soll ich denn den Ast absehen? Ja, warum sollt er denn das? Na doch wohl, weil er schon seit einiger Zeit Streit mit einem Rätselauf darüber hat. Das ist Sachbeschädigung, Herr Maura. Quatsch ist das. Wann soll ich den denn abgesägt haben? Weil den ganzen Tag hier nicht draußen. Vielleicht haben Sie gestern gesägt. Oder vorgestern. Sag mal, was ist denn mit dir los? Jetzt fängst du doch mit mir an, oder was? Ich will aber ein bisschen Alibi verschaffen. Vorgestern haben wir Skat gespielt, bis in die Nacht. Wehste, doch gleich nach der Arbeit. Ja, und da sägt er nicht am Mauertag. Ja, vorgestern war ich übrigens hier. Das hätte ich ja hören müssen mit der lauten Motorsäge, vielleicht? Wo steht die Säge? Na, hinten im Schuppen. Ja, sag mal, Hottel, du solltest da überhaupt die Genehmigung kriegen, das Ding da abzusehen. Ich hatte Einspruch eingelegt. Nach meinem ersten Schreiben, dann habe ich eine neue Eingabe gemacht. Mein Anwalt ist darüber orientiert. Und? Nichts und! Ohne Genehmigung darf der Maurer diesen Ast nicht entfernen. Na, wo ist er denn überhaupt, der Ast? Ich würde sagen, weg ist er. Hatten Sie eine Genehmigung? Mann, nee, das habe ich schon gesagt, ich warte da drauf. Und gesägt haben Sie vorher, das wird teuer. Ach, nur hören Sie aber auf Sie, kann Nickelfensi. Also, was sind denn da für die Genehmigung? Ach, er hat nicht gesägt. Vielleicht, vielleicht, vielleicht war er es. Ach, wie käme ich denn dazu? Ich war ja auch gestern gar nicht hier. Dann ist doch vorgestern gesägt worden. Also, ich glaube, mich genau erinnern zu können, dass gestern der Ast noch dran war. Na ja, also hören Sie mal, gleich heißt es vielleicht noch, dass wir es waren, weil wir hier draußen wohnen, oder was? Na, wenn ich denke, was hier alles so geredet worden ist, hatte doch jeder was mit dem Rätsel. Ja, wir aber nicht, wir kennen ja kaum. Entschuldigen Sie. Also, wenn ich mich mal genau umsehe, so schlimm finden wir das für alle nicht, dass der Ast ab ist. Ein Beinbruch ist es nicht. Nö, ein Rechtsbruch. Also, die Jura haben Sie recht, aber der Fatsch, so was ist nur daran so schlimm. Und Sie haben wieder was, worüber Sie sich aufregen können. Ich bitte jetzt, mir genau zuzuhören. Dieser Mann hat ohne Genehmigung ein Stück Natur vernichtet, das mir gehört. Jetzt spricht er wie der große Guru. Wie was, bitte sehr? Sie meinen Backwand. Ihnen und Ihnen allen wird das Lachen schon noch vergehen. Ich lasse mir nicht erst mein Grundstück verschandeln und mich anschließend zu einem dürftigen Würstchenessen einladen. Dann ist aber gut, ja. Ich werde jetzt meinen Anwalt anrufen und werde ermitteln lassen. Warte, warte. Von drüben von der Terrasse, das stört aber, wenn Sie da so rumbrüllen. Wir sind lärmempfindlich. Einen Anwalt rufe ich an und werde ermitteln lassen, ob dieser Herr oder vielleicht gar einer von Ihnen den Schaden dort ohne staatliche Genehmigung angerichtet hat. Und ich werde es herauskriegen, glauben Sie mir, ich werde es herauskriegen. Herr Retzlaff irrt, wir werden es herauskriegen. Besser Sie, meine Damen und Herren, wenn Sie mitspielen und bis hierher gut aufgepasst haben. Vorgestern, gestern und heute am Tage sind aber auch noch einige Dinge geschehen, die Sie der Lösung näher bringen. Wer hat gesägt? Das ist unsere Frage. Wir drehen die Zeit jetzt mal zwei Tage zurück. Erste Hinweise auf die Beantwortung unserer Frage gab es nämlich schon vorgestern. Adalbert bekommt nichts mehr. Adalbert hat sein erstes Frühstück schon weg. Er guckt aber so niedlich. Adalbert ist ein Zuchtkaninchen. Folglich hat er nicht niedlich zu gucken. Na, mein Dicke. Und dick ist er auch nicht. Er ist kräftig. Das ist ein Unterschied. Also du und dein Adalbert. Was macht der denn? Muckel! Nicht doch! Was ist denn nun schon wieder los? Nein, nein, nicht doch darüber! Jetzt ist er weg. Wer ist weg? Muckel! Der blaue Wiener? Und ausgerechnet wieder zu Retzlaff. Auch das noch. Du hättest das Loch ja auch schon lange reparieren können. Ja, ich denk ja nicht dran. Ist ja seine Seite. Und wenn uns den blauen Wiener nicht wiedergibt, hat er ja schon angedroht, als gestern der holländische Schäcken rübergelaufen war. Dann wird er mich kennenlernen. Komm, 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 komm. Oh, da ist er ja! So, da hätten wir ihn wieder. Beeil dich, wir müssen los. Ja, ja. So. Horst, bist du's? Der Besuch nicht sonst noch, hm? Ich hab nur ein zweites Paar Schlüssel. Wollte ich dir auch geraten haben. Tachchen! Gibt's Kaffee? Natürlich. Nimm dir eine Tasse, steht drin auf dem Tisch. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das alles richtig war. Hast du plötzlich Zweifel? Naja, würde ja für meine Intelligenz sprechen, ne? Ist das schwer, Mutterkaffee, oder riecht ja? Mokka für einen schweren Kopf. Also genau, meiner. Danke dir. Danke dir. Vielen Dank. Vielen Dank. Schön, dass sie gekommen sind. Das war ja reine Erpressung von Ihnen. Tanzen jetzt? Später, ja. Ich bin wirklich kein guter Tanzen. Aber ein guter Freund. Danke. Was meinten Sie denn da eben mit Erpressung? Sie kennen doch mein gutes Verhältnis zu Mutter. Ja, aber allein deswegen habe ich nicht geholfen. Hauptsache, Sie haben. Und gewissermaßen haben Sie mich doch erpresst. Na gut. Eine Hand wäscht eben die andere. Katja, ist Ihre Mutter eigentlich immer so... Sie ist eben sehr temperamentvoll und da passieren ja schon mal unvernünftige Dinge. Aber Sie haben doch davon profitiert. Ist es Ihnen denn nun wirklich so unangenehm, mit mir mal rausgekommen zu sein? Eine Hand versteht und die andere. Wollen wir es jetzt auch mal versuchen? Na, Sie werden staunen. Guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Juhu, 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 da, da. Entschuldigung, wo bitte ist das Grundstück von Herrn Rätzler? Ich sag's doch immer. Ich gehöre nur mal an die Lauben. Sonst können die Behörden nicht genug anordnen. Aber nee, wie in der Nummern, da sagen Sie kein Wort. Rätzler, der ist drüben, links, der zweite. Danke sehr. Macht doch nichts. Komm, Bello, komm. Was denn, Mittag schon Feierabend? Feierbeginn, mein Lieber. Mich lässt du für dich ackern. Du wirst so, ich hab'n halben Tag freigenommen. Ich will ein bisschen Rindfeiern in meinen Geburtsachen. Da bin ich doch wirklich ein Edi. Arbeite an meinem ersten Urlaubsdag für dich. Ein Freund, ein guter Freund. Ich hab noch extra für dich einen neuen Overall gekurvt. Halber Dressman. Was heißt denn halber? Verstau wenigstens den Werkzeugkasten. Ist der Keller offen? Ja, doch. Der Portiermöck ist da unten rum. Stellst ihn einfach links neben der Tür. Tschüss. Tschüss. Sei vorsichtig draußen, hörste. Hey. Hoffentlich geht der Tune. Ach, Herr Wornemann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Zurück zum heutigen Abend. Wir sind wieder live bei der kleinen Geburtstagsfeier, die allerdings nicht mehr so feierlich wirkt. Was vorgestern, gestern und heute über Tag geschehen ist, wissen wir nun. Wer war's? Wer hat den Ast abgesägt? Und passen Sie noch ein bisschen auf, dieser oder jener, die See oder jene, verrät sich vielleicht. Denn einer oder eine aus dieser Runde war's. Kleiner Geheimtipp, die Person, die gesägt hat, hat noch einen Mitwisser oder eine Mitwisserin. Na, Herr Hanich, wie wär denn? Nur ne schöne große Dicke. Ehrlich, großen Appetit hab ich nicht mehr. Was ist denn nun los? Der Retzlaff. Vielleicht führt er selbst Gespräche. Dann muss er doch nicht so rumschreien, oder kann er sich selber nicht leiden. Ein Glück, dass es auch andere Nachbarn gibt. Ich meine, Nette. Danke. Entschuldigung. Ich hab... Er will seinen Anwalt sprechen, der kriegt ihn aber nicht. Was ist jetzt los? Was ist denn los heute? Jetzt hat er aufgelegt. Otto! Otto! Das ist ein gemütlicher Abend. Meine Frau, wo ist die denn? Na, die hat sich vorhin verdrückt. Wahrscheinlich ist sie bei Ihnen drüben. Aha, nicht. Gehen Sie doch bei mir durch. Dankeschön. Also, wissen Sie, ich wollte Ihnen sagen, dass mir das richtig leid tut, dass die Feier nicht richtig in Gang kommt. Warten Sie mal ab. Ich lüfe schon noch zu größerer Form auf. Hauptsache, der haut erst mal ab da drüben. Ach, und wenn er bleibt, machen wir einfach Musik. Oh, schön laut. Genau, polizeilich angemeldete Gartenpartie. Adalbert ist wieder da. Die gibt's ja gar nicht. Das vor seinem Stall. Wahrscheinlich hat er einen Riegel von innen angeknabbert. Ist er nicht ein Prachtkerl? Richtig frohwüchsig. Was bedeutet das eigentlich, frohwüchsig? Die frohwüchsige Rasse wächst rasch, wird schnell geschlechtsreif und ist ein sehr guter Futterverwerter. Warum kriegst du mich dabei so ein? Auf jeden Fall haben wir dem Retzlarf Unrecht getan. Wer wir? Na, mein Mann und ich. Wir dachten doch, dass er vielleicht den Adalbert bestürt. Der holländische Scheck ist immer noch nicht da. Aber der Verdacht wegen Adalbert. Ach was, Ungerechtigkeiten gibt's immer im Leben, nicht? Adalbert. Tun Sie Ihren Vorstadtlöwen mal hier hin. Ich muss Herrn H. nicht beiflichten, denn es ist ja immerhin so... Kann ich diese fröhliche Plauderstunde mal unterbrechen? Ich bin ungern. Leider bekomme ich meinen Anwalt nicht ans Telefon. Vielleicht wird woanders auch gesägt. Ich hab's Ihnen schon mal gesagt. Ihnen wird der Humor bald vergehen. Also wenn Ihr Anwalt nicht so weit weg wohnt, der hätte Sie auch ohne Telefon gehört. Einer wie der andere. Aber meinen Ast absägt. Hier hat keiner gesägt. Er hat gesägt. Ich habe nicht gesägt. Wer dann? Gesägt. Laufen doch genug Leute rum hier in der Kolonie. Nein, 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 nein. Mit Ihnen hatte ich meinen Ärger. Dieser Mann jagt mir dauernd seine Mümmelmänner durch den Garten. Was? Also das ist doch Ihre Seite. Also hören Sie mal zu, was kann er denn dafür, wenn die mal zu Ihnen rüberhoppeln danach? Sie und Ihre Frau Mutter. Wir haben uns ja wohl schon mal dementsprechend unterhalten, nicht wahr? Also mit uns hatten Sie jedenfalls noch keinen Ärger. Das kann aber alles noch kommen. Richtig. In dieser Runde ist mir jeder recht. Ich werde morgen meinen Rechtsanwalt einschalten und gegen Sie alle hier ermitteln lassen. Ja, hören Sie mir mal zu. Man kann ja vielleicht auch mal in Ruhe darüber reden, was hier alles passiert. Nichts kann man. Diese Diskussion bringt nichts. Das heißt, Moment. Es sind ja genügend Damen und Herren hier, die vermutlich gesehen haben, wie mir Unrecht geschah. Und hier beginnt die Diskussion. Ja, darf ich mal hier, hier ist ein Herr, der sagt, ihm ist was aufgefallen. Darf ich mal wissen, was es ist? Ja, der heute zum Beispiel hatte einen behördlichen Brief am Sonnabend erhalten. Ja, wer? Und eine Hotte. Auch mein Freund. Ja, und ich nehme an, dass Sie irgendwie mit dem Matutat was zu tun haben. Ich gehe mit Matutat? Matutat, dass der den Ast abgesägt hat. Wer, der Matutat? Ja. Ach, Sie würden sagen, der Herr Matutat, der hier immer rumläuft, der hat den Ast abgesägt. Ja, ja, ja. Und was hat das zu tun? Der sagt, du hast einen behördlichen Brief gekriegt, mein Tag. Was für einen Brief meinen Sie denn? Den haben Sie ja nicht gekriegt, den Brief. Was habe ich nicht gekriegt? Den haben Sie nicht erhalten. Nee, was für einen Brief? Ich habe überhaupt keinen Brief gekriegt. Ja, Sie nicht, aber der Brief ist da. Wie kommst du darauf? Und wer nicht bekommen hat, weiß ich nicht. So, was habe ich ja noch nie erlebt. Sagen Sie mal, Sie sitzen hier in meinem Jarten. Das ist hier eine große Lippe. Versuche ich gehen. Ich habe Geburtstag heute mit gratulieren. War mir noch nichts, nicht? Ja, das würde ich mal sagen. So, holen wir an. Regt ihr nicht auf, heute. Ich heiße Pino. Mauer, da wollen wir doch mal zur Sache kommen. Brief war nicht drin, junger Mann. Ich bin heute Morgen aus dem Haus rausgegangen und da war nichts drin. Ich habe in den Briefkassen gekickt, aber die Post heute, bei den hier bühern, da kommt sie ja nicht mehr. Mann ist da. Du, regt ihn nicht auf, heute, regt ihn nicht auf. Jetzt haben Sie gesagt, der Herr Matutat. Könnten wir den Herrn Matutat mal haben? Wo ist er denn? Nehmen Sie doch da hinten Platz, meine Herrschaft. Ich komme zufällig hier vorbei, ne? Bitte, ja. Ja. Herr Matutat, ich meine, warum sollte Herr Matutat da was mit zu tun haben? Ja, guten Tag. Ja, weil er so aussieht, wie der jemand mit Holz umgehen kann. Sie sieht aus wie ein Tischler, ja, oder wie meinen Sie? Ein halber Tischler. Ne, bitte, der Herr hier. Ja, wahrscheinlich, ich meine, mir ist aufgefallen, dass das Fahrzeug einen ziemlich amtlichen Eindruck gemacht hat, sodass ich mir vorstellen könnte, dass der Herr vom Gartenbauamt ist. Hat noch jemand bemerkt, dass das Fahrzeug vom Gartenbauamt war? Ja. Sie haben es auch bemerkt. Und dass just an diesem Tag wahrscheinlich die Genehmigung gekommen ist, dass der Ass trotzdem es sich um eine Eiche handelt, entfernt werden kann. Also ich kann Ihnen, und daraus schließen Sie, dass der Herr Matutat den Ass abgesägt hat? Naja, zumindest hat er die Erlaubnis gegeben und damit wahrscheinlich nachträglich den Täter legalisiert. Ansonsten würde ich sagen, ist der Elektriker sehr verdächtig, weil er an seinem Fahrrad eine Säge hatte. Also gut, halten wir mal fest, kommen wir gleich zurück. Also Sie sagen, der Herr Matutat ist vom Gartenbauamt, gibt er auch zu. Ja, ich gebe zu, ja. Sie sind vom Gartenbauamt. Ich habe gesägt. Ja, gesägt hat er nicht, jetzt sage ich ihn gleich. Sie sagen, er hat die Erlaubnis gegeben und der andere hat gesägt, er ist wirklich vom Gartenbauamt, er wollte heute sprechen, weil er seine Pflanzen da zu nah an den Zaun gesetzt hat, aber das ist ja nur eine andere Sache, nicht? So Herr Matutat, danke Ihnen. So, dann halt hier. Ja, bitte. Hier wurde aber auf Erwin angesprochen. Ist noch jemand der gleich. Hier, Sie, was meinen Sie? Bitte? Ja, äußern Sie sich wohl. Er meinte, dass der Elektriker sich dadurch verdächtig gemacht hat, dass er, also er hörte, dass der Herr Retzlaff auch eingeladen ist, verschwindet. Und hier unsere Telefonnummern. Für Zuschauer in Norddeutschland 0421 33 11. In Westdeutschland 021 23 58 91. In Süddeutschland 07 11 61 98 71. In Berlin 030 8451. Die Berliner Zuschauer müssen die Vorwahlziffer 030 mitwählen, sonst erhalten Sie keinen Anschluss. Aber tut mir leid, also ich war das nicht. Was soll ich denn hier? Woher wussten Sie denn, dass der Elektriker das nicht war? Na, ich bin doch selber der Elektriker. Ich meine, dass jemand anders das nicht gewesen sein kann. Ich wüsste nicht, wer das nicht gewesen war. Ich wüsste nicht. Er hat nicht gesagt. Ach, er hat er ganz deutlich gesagt. Na ja, gut. Das nehme ich wohl an, das nehme ich wohl an. Entscheidend ist, dass Sie wahrscheinlich dem heute eine Geburtstagüberraschung machen wollten. Denn Sie haben den Herrn Matutat mehrmals gefragt, ob es alles geklappt hat. Ich habe ihm auch eine Geburtstagüberraschung gemacht. Sie sind beide abgefahren und Sie haben den heute mehrmals gefragt, ob er den Brief bekommen hat. Wollen Sie damit sagen, ich habe den Ast abgesiegt? Nein, Sie haben aber die Veranlassung gegeben. Sie wussten, dass die Genehmigung da ist. Und dann habe ich jemandem gesagt, der soll den Ast absehen? Ja, der hat es veranlasst. Dann hätten wir hier keiner gesagt, ich habe den Ast abgesiegt. Ich frage hier ganz freundlich und Sie kommen ja mit solchen Dinger hier, nicht wahr? Vielleicht haben Sie im Brief geschrieben, dass der Ast weg ist. Sie haben ja extra mehrmals gefragt, ob er den Brief erhalten hat. Und er wusste ja nicht, was drin stand. Sie wussten aber... Ich habe nicht gefragt, ob er einen Brief, ich habe gefragt, ob er Geburtstagsglückwünsche erhalten hat. Vom Brief habe ich überhaupt... Sie waren die Einzelnen, die wussten, dass die Genehmigung da ist. Also Sie sagen, das ist Ihnen sehr verdächtig, dass ich nach dem Brief gefragt habe. Und Sie sind auch der Meinung, die Genehmigung war da, den Ast abzusagen. Warum sollte ich es denn aber nicht zugeben, dass ich die Genehmigung habe? Dass ich das weiß von der Genehmigung. Ja, das sollte ja eine Geburtstagüberraschung sein. Ach, darum weiß ich eine Geburtstagüberraschung. Wollen wir doch mal hier zu der Dame gehen. Der Voller hat doch die Späne aufgefegt im Garten. Also müssen Sie doch davon wissen. Sie weiß doch, dass wir... Aber natürlich, wo haben Sie es weg ist, soll die Geburtstagsüberraschung sein. Ich habe die Kanickelkegel von dem Linkspunster, wenn wir im Garten sind. Die Dame möchte die Keckel sehen. Wo war der? Haben Sie gesehen, wo die Schippe hingewandert ist? Dann gehen Sie da hin und holen Sie die Schippe her. Holen Sie, suchen Sie, vielleicht finden Sie sie. Wir kommen dann auf die Schippe nochmal zurück. Rüch auf den Rasenhof. Jetzt wollen wir mal zunächst mal hier zu den Herrschaften kommen, damit die da nicht... Kommen wir sofort zurück, ja, bitte. Hier zuerst und dann der junge Herr. Und dann die Herrschaften, bitte. Also ich würde sagen... Wo war da vorne? Ja, kommen wir auf eine Ruhe hin. Bitte. Der Knickstrommunkteur hat sich sehr verdächtig gemacht. Du sagst hier nicht sowas. Knickstromm und Stinkstiebel, das liegt ganz dicht zusammen. Da müssen Sie aufpassen, ne? Aber auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich doch so, dass der Mann vom Gartenbauamt die Sache gemacht hat. Denn der fuhr einen grünen Diesel. Und deshalb sieht man den Kino-S da ab. Moment. Da hörte man das Geräusch, als der Elektriker im Garten war zur Installation der Lampen hier. Hörte man das Geräusch und der ging zur Gartentür, um rauszukriegen, wer da war. Aber er hat keinen mehr gesehen. Da fuhr der gerade mit dem Wagen weg. Ach, der meint, das war der Augenblick, als der Mann vom Gartenbauamt wegfuhr. Wegfuhr und der hat hier den Ast abgesätzt. Also ich glaube, das Gartenbauamt kommt mit so einem Aufwand, mit so einem großen Wagen, mit einer Motorsäge, um so einen kleinen Ast abzusichern. Ich kenne den Berliner Senat schon länger, die kommen eigentlich mit drei Wagen. Willi. Das ist die Feuerwehr, meine Damen und Herren. Der ist auch beim Senat, glaube ich. Der ist auch beim Senat. So, bitte. Also zunächst, bitte, der Herr da. Ich würde sagen, das war der Herr Köhler. Der Herr Köhler, warum? Und zwar deswegen, er hat sich so geäußert, er sagte, er hätte die Motorsäge gehört. Also wäre er der Einzige, der den ganzen Tag zu Hause war. Nee, Moment. Meiner Meinung nach. Hast du nicht gesagt? Eine Hand, die andere? Dann hätte man ja die Motorsäge gehört. Ich habe gesagt, ich war vorgestern, war ich hier, da hätte ich ja die Motorsäge hören müssen, wenn einer den Ast abgesätzt hat. Da sie dort zu Hause war, nehme ich an, dass sie es waren. Also Sie meinen, der Herr Köhler könnte gewesen sein, weil er gesagt hat, er hat die Motorsäge und er war zu dem Zeitpunkt, zu Hause treten Sie mit dem Waldbrandaustreter da nicht in der Rabatten. So, bitte aber, hier hatten wir noch die Dame. Herr Köhler, ich würde sagen, Sie haben mit dem Herrn Matuszek, oder wie er heißt? Matutat. Ja. Gesprochen habe ich mit ihm, ja. Ja, haben Sie mit ihm gesprochen und Sie haben ihn beruhigt und haben gesagt, also das geht klar und ich übernehme das und so weiter. Und der Herr Maurer, der hat auf den Brief vom Gartenbauamt gewartet. Und hat, als Sie ihn gefragt haben, ob er eine Post gekriegt hat, natürlich unter dem Motto, Glückwunsch, hat er hartnäckig abgestritten. Nein, habe ich nicht gekriegt. Warum meinen Sie, hat er nicht abgestritten? Da muss er einen Grund haben. Er war nicht zu Hause. Ja. Wer war nicht zu Hause, sagt da jemand. Wer war das? Und warum vermuten Sie, er war nicht zu Hause? Kommen Sie mal mit der Schippe hier ein bisschen rüber. Erstmal den Herrn da. Warum vermuten Sie, warum war er nicht zu Hause? Ja, die Post ist also abgeliefert worden. Man konnte sehen, dass der Brief in seinen Briefkasten hineingesteckt worden ist. Aber er hat vorhin gesagt, er hat überhaupt keine Post empfangen. Also muss er wohl nicht in seiner Wohnung gewesen sein, sonst hätte er ja im Briefkasten nachschauen können. Ja, nicht doof. Haben Sie mich bitte gleich sofort mit. Mach mich doch nicht verrückt da oben. Flirte bitte, Herr Dame, ein bisschen. So, bitte. Und dann kommt hinzu, es sind drei Briefe eingeworfen worden. Zwei waren mit einer normalen Briefmarke frankiert und der für Herrn Maurer war Frankotyp. Was heißt Frankotyp? Also durch die Maschine gedreht, ja? Also für eine Institution. Und was schließen Sie daraus nun wieder? Welche Institution ist das jetzt gewesen? Das Gartenbauamt. Das Gartenbauamt. Die haben die Genehmigung erteilt, dass der Ast entfernt werden darf. Nun muss ich mich erstmal um die Dame mit der Schippe kümmern. Ich komme ja nicht weiter. Komme sofort. Erstmal hier mit der Schippe. Sind das Späne oder sind das Keimspäne? Na fühlen Sie doch mal hier. Das werden Sie das selber sehen. Was sagt der Herr? Was ist das denn? Ich würde also in dem Fall sagen, das sind also auf jeden Fall Reste eigentlich. Wie? Der festigt an. Das sind doch keine Rosinen hier. Da riechen Sie mal. Das haben aber Sie gesagt. Also Erika, dann hast du, wie ich sehe hier, als ich gesagt habe, du sollst die Kette wegführen, hast du um die Säge gespielt. Meine Kaninchen waren nie in diesem Garten. Die kommen doch noch und sagen, meine Kaninchen haben den Ast abgesägt, Frau Poller. Wo führt denn das hin? Wir sehen doch, was das für ein Berber hier ist. Gucken Sie sich doch mal diesen Garten an. Was sollen da Kaninchen fressen? Die finden ja nichts mehr. Na hören Sie mal, der sieht ja aus wie ein Biber. Der frisst so ein Ast auch noch ab, nicht wahr? Na eben. So, bitte also ich verwahre mich dagegen, dass Sie hier meine Frau verdächtigen, dass Sie sagen, die hat den Ast vielleicht ab. Ja, gibt's ihn, gibt's ihn. Die ist so klein, die reicht da ja nicht an. So, nun wollen wir mal da oben gehen, da ist der, mein Freund Hotte gerade auf der Kalle. Ich wollte nur noch mal sagen zu der, die da hinten, da komm ich jetzt nicht ran. Ich war zu Hause heute Nacht und nicht, dass Sie mir da was unterjubeln wollen, die da mit dem Kleid. Jetzt ist hier eine andere mit Dialekt, hör mal genau zu. Ja, bitte, bitte, ja. Sie? Bitte. Oder er? Ja. Mach mal. Sie waren's. Ich war's, warum? Sie wollten ja auch nicht die Baumbeleichtung einschalten. Nee, das wollte ich nicht, weil das gemütlich sein sollte, nicht? Jetzt fängt ja auch noch damit an mich zu verdächtigen. Also ich weiß es ja nicht. Wie soll denn das weitergehen? Ich frage und Sie sagen, ich war's. Also ich finde das eine ziemliche Unverschämtheit. Gott sei Dank, also, na schön. Herr Sonnschein? Ja, mein Name ist Koller. Bitte. Herr Sonnschein, Sie haben immer... Koller, Hans. Ach, ja. Was soll ich davon nur halten? Nach dem Brief gefragt. Und den haben Sie gehabt. Ich hab den Brief nicht gehabt. Ja, doch. Nein. Na natürlich, er hat gesagt, er hat noch nicht den Briefkasten reingeguckt. Und Sie haben gesagt, Sie haben den Brief. Nee. Hast du heute nicht gemerkt? Also, folgedessen haben Sie mit dem Gartenbauamt das gemacht. Und das war die Geburtstagsüberraschung, dass der Zweig endlich weg war. Ich würde Ihnen sagen, die Geburtstagsüberraschung, die Sonderüberraschung, Herr hat es auch schon gesagt, die liegt hinten in der Laube. Die liegt hinten. Ach, das ist nicht... Ach, wurde ich der Ast. Gehen Sie hinten in der Laube. Da liegt die Geburtstagsüberraschung. Holen Sie her. Es ist ein Pänkchen. Es ist eine Schleife. Es ist eine Schleife, darum bringen Sie die her. Ich will, dass wir weiter... Willi. Bitte bleiben wir gleich mal noch einen Augenblick da oben, bitte. Was ist denn nun? Damit ist fertig, ja? Ja, ich bleib dabei. Ja, dann können Sie ruhig mal bleiben, aber ich gehe jetzt weg. Sie machen einen ganz verrückt hier. Ich freue mich auch der Sinn der Sache. Ich fasse mich nicht immer an hier. Peter, der Herr nochmal, bitte. Peter da oben, ja. Mich hat der Herr Harnig damit sehr viel zu tun. Er hatte, als er feststellte, dass sein Kaninchen weggelaufen war und seine Frau zu ihm sagte, er soll doch mal rübergehen in den Garten. Es wäre ja niemand da. Um nachzugucken, ob der Meister Lampe eben dort wäre, hat er gesagt, den Garten betrete ich nie wieder. Was heißt nie wieder? Also muss er doch den Garten einmal betreten haben und was hat er dann dort gemacht? Ich habe den Garten betreten, weil einmal ein blauer Scheck rübergelaufen ist. Ja, das ist richtig. Nie, da hat sich dieser Herr so aufgeregt, dass ich diesen Garten nie wieder betrete. Nie. Ja, das glaube ich Ihnen herzlich gerne, aber auf der anderen Seite hat der Herr ja auch Ihre Hasenzucht irgendwie in Mitleidenschaft gezogen, beziehungsweise er hat immer sehr darüber geschimpft und da können Sie darüber verärgert gewesen sein. Den Zaun hätte ich ja schon längst flicken sollen, das ist seine Seite. Das ist nicht meine Zaunseite. Herr Harnig, beruhigen Sie sich. Würden Sie sagen, Herr Harnig hatte wohl einen Grund, den Ast abzusägen? Ich denke ja nicht. Ja, und Sie sind der Meinung, Herr Harnig war es. Gut, wollen wir mal... Nein, das würde er nie machen. Nie? Das würde mein Mann nie machen. So könnte er sich nicht schenken. Naja. Außerdem scheint die Sonne viel zu sehr jetzt auf die Stelle. Sie stehen jetzt in der reinen Sonne. Telefon, Herr Retzlar, ich glaube bei Ihnen eine Kemenate. Telefon. Telefon. Die Sache wird sich wohl gleich aufnehmen. Ja, wir kommen sofort... Machen wir, machen wir. Was ist denn drinnen? Ja, da wird erst mal nachgucken. Du pack mal das Geschenk hier aus. Es ist ja eine Kiste nach der anderen hier. So, das Geschenk, wo ist die Dame? Wo haben Sie das gefunden? Sie haben es gefunden. Ich behaupte, das sind Stücke vom Ast. Sie behaupten, das sind Stücke vom Ast. Dann bin ich ja mal gespannt, was da drin ist. Aber das ist ja ein Nikolaus hier doch. Ja, du pack mal aus heute. Pack aus, pack aus, pack aus. Sollen wir halten? Ja, da bin ich. Lass mal die Dame vorlesen, was ist das? Das ist ein versielter Korkenzieher. Was steht denn drauf? Die Hilfe für Charakterschwache, der nicht verwendbare Korkenzieher. Patentiert und vergoldet. Siehst du, heute, das brauchtest du. Du säufst mich wie Franz, das ist klar. Frau Stoff. Ist das wie Holstein? Ja, der, dein Schwager. So, jetzt sie mal. Also mir ist nur überwiegend aufgefallen, also die Sache mit der Muttersäge, dass also behauptet wurde von dem, dass er gesagt hat, er hat also die Motorsäge gehört. Den fähiger, der Herr Köhler. Ja, ja doch, Herr Köhler war es. Und ich habe mich also gefragt, er ist ja wahrscheinlich kein Baumexperte, wie er dann also sehen kann an dem Baumstumpf, der da also abgesägt ist, dass das also von der Motorsäge gemacht worden ist. Und meiner Meinung nach, wenn jemand heimlich so einen Baumast absägt, dazu benutzt er also nicht in einem friedfertigen Gebiet, wie das nun in Ruwalden nun mal ist, nur eine Motorsäge, um auf sich aufmerksam zu machen. Würden Sie denn sagen, ich meine, Sie sagen, man sieht ja sofort, der Ast noch nicht mit der Muttersäge ab. Sind Sie Fachmann für Ihre Äste? Haben Sie sich mal angekickt, den Ast? Lacht doch nicht. Ja, da lacht man nicht. Das sind ernste Sachen, die auch ein Ast, kann sehr ernst sein. Kann durchaus möglich sein. Also Sie würden sagen, eine Muttersäge ist da nicht benutzt worden? Eine Muttersäge ist meiner Meinung nach dabei nicht benutzt. Sondern so richtig so altdeutsch, hippie, hin und her, ja? So, dann wollen wir mal, wollen wir mal, so das Fest ist hier, wo haben wir hier noch? Hier eine Dame. Hier eine Dame. Du kommst sofort. Ja, bitte die Dame, da haben wir ja hier. Herr Poller, ich könnte mir vorstellen, dass Sie haben viele Freunde hier in Ihrer Gartengemeinschaft. Und da könnte ich mir wieder ganz was anderes vorstellen. Und zwar, Sie hatten nicht die Genehmigung bekommen, dass der Ast abgesägt wird. Und da hat Ihnen vielleicht der Herr Köhler geholfen, doch als guter Freund da mal den Ast abzusehen. Also Sie meint, ich war der Untermann, der hat oben drauf gestanden und hat gesägt. Nee, nee, nicht der Untermann. Er hat ganz allein getan, um Ihnen eingefallen, ein Freundschaftsbeweis. Um mir ein Gefallen zu tun, hatten Sie denn den Eindruck, dass ich mich mit Herrn Köhler nur so nah befreundet bin? Ich bin mir gar nicht mit dem, ja? Sollte ich gerade sehen? Worauf schließen Sie das? Gut, aber so nah befreundet. Als Gartenachbarn und Sankt, man hat nicht gehört, dass Sie feindlich gesinnt sind. Nee, das sind wir auch nicht. Sie haben ihn eingeladen. Sie meinen einfach, wir passen gut zusammen, ja? Ja, ich könnte es mir auch vorstellen, dass er der Garten war, der Ihnen da behilflich war. Das war ja ein störender Ast, der zu Ihnen rüber rachte, nicht? Ja, zu meinem Freund, Mauerer hier, ja. Und das Verhältnis zu Ihrem Gartennachbarn, diesem Herrn Retzlack, ist ja nicht gerade gut gewesen. Nee, den Garten habe ich, ja? Damit wir uns ganz klar verstehen. Und ich habe da einen Gingobaum stehen. Da hinten. Einen Gingobaum. Ginko, Ginko. Du sagst immer Ginko. Ich sage Ginkobaum. Und der braucht Luft. Und deswegen wollte ich den Ast abhaben. Naja, du sagst ja ab. Ja, genau. Ja, aber das ist mein Grundstück. Das wollen wir mal festhalten. Nicht, dass du das alles noch in der Nacht gehst. Das ist ja gut. Also jetzt, mit dem Grundstück hat er das immer. Das hat er jetzt Ihnen zu Liebe gemacht. Nicht wahr? Ja, bitte, die Dame, bitte. Ich habe ihm nochmal gesagt, dass der, äh, vorher, also die Motorsäge. Ja. Die braucht das Strom. Ja. Und Strom war ja vorher gar nicht im Garten. Wo hat denn der den Strom her gehabt? Der Strom wurde erst später gelegt durch den Elektriker. Naja, ich würde sagen, heute in der Laube hast du schon Strom gehabt. Ja, Mensch, ich habe doch drin, wenn ich mit meiner Braut sitze, habe ich doch Licht. Ja. Meinst du, ich fummle da nur so? Das sollte immer ducke sein. Das sollte immer ducke sein. Herr Retzlaff hat nicht über die Leute auch Ärger gehabt. Moment, Moment, den, den Herren hier mal. Den, den Herren, bitte. Bitte, sagen Sie, Herr Retzlaff. Herr Retzlaff hat doch mit anderen Leuten auch Ärger gehabt. Genau, ja. Und wie wäre es, wenn der Herr Köhler dem Freund Gerald geholfen hätte? Ach, dem? Nein, ich bin ja ganz Ihrer Meinung. Ich hätte es ja auch so gemacht. Sie hätten ihn auch abziehen lassen sollen. Ich finde, es ist viel zu schade, um sie abzuwägen. Er hat sich doch auch irgendwie gestört bei einer Fete. Sie haben doch auf Radio abdrehen müssen und so weiter. Und der Herr Köhler war doch mit Ihnen aus. Vielleicht haben Sie ihn gefragt, ob er Ihnen nicht ein bisschen helfen kann. Ach, Sie hatten den Eindruck, dass da was war. Ja, so ungefähr. Eine Hand wäscht die andere. Ach, das hat sie gesagt? Ja. Eine Hand wäscht die andere. Zum Beispiel. Das ist doch völlig belanglos. Also, Herr Köhler, wie ist das? Ja, wie war es denn? Aber überhaupt nicht. Ich habe doch völlig belanglos. Eine Hand wäscht die andere. So was sagt man. Ich weiß gar nicht, worum es ging. Da müsste ich auch was von wissen. Was hat der Herr da noch gesagt? Da müsste ich auch was von wissen. Und Ihr einen Gefallen zu tun, soll ich auf einer fremden Parzelle einen Ast absägen? Das ist ein bisschen unwahrscheinlich. Ihnen selbst tun Sie doch einen Gefallen. Sie sind doch dadurch in Genuss gekommen, mit der Dame auszugehen. Ach, das ist aber ein bisschen bei dir geräuscht. Ja, entschuldigen Sie, wieso? Moment mal, nein, da muss ich mal fragen, wieso? Wann ist denn Herr Köhler mit meiner Tochter ausgegangen? Ich kann doch Ihnen nicht verraten, ich hätte es doch auch so gemacht. Also, der ist mit Reden aus. Ich habe Frau Gerlach. Aber ich habe es doch nicht ausgedacht. Ja, sehen Sie, da haben Sie Peche gehabt. So bitte der Herr hier. Lassen Sie doch den Herrn mal reden. Herr Köhler hat ziemlich zu Anfang gesagt, im Gespräch mit Frau Gerlach, der wird sich noch wundern. Und wie Frau Gerlach sagte, wollen wir nicht irgendwie uns so zusammen? Da hat er gesagt, nein. Und das hat er wahrscheinlich gesagt, um keine Mitwisser zu haben. Eventuell die Tochter. Herr Köhler, was ist denn nun los? Was ist denn los? Ich muss die Diskussion hier abbrechen. Ja, da sind Sie ja nicht berechtigt. Was ist, warum denn? Mein Anwalt war im Apparat. Er hat sich beim Gartenbaum erkundigt. Ihm wurde heute mitgeteilt, dass Herr Maurer heute früh die Genehmigung erhalten hat, meinen Baum zu verschandeln. Was denn? Herr Maurer, dann durften Sie doch sehen. Ja, aber ich hab doch ja nicht gesehen. Es ist mir jetzt auch ganz egal, wer es getan hat. Ich werde die Gartenbaubehörden mit einer Reihe von Prozessen überziehen, die sich gewaschen haben. Und Ihnen allen wünsche ich hier weiterhin keinen fröhlichen Abend. Oh, Schau, das ist ja ein nobler Charakter. Also, Hotte, die Herrschaften haben es ja nur dauernd gesagt. Da hast du doch die Genehmigung gehabt. Warum hast du denn das gesagt? Ich wusste das doch ja nicht. Wieso? Es war doch nur was in Kasten, wie die Dame da schon gesagt hat. Na ja. Hat nicht soll ich? Wenn du dich traust. War nämlich letzte Nacht ja nicht zu Hause. Was? Alter, halt mal auf. Ich bin gleich von woanders hierher gekommen. Was denn, war der bei Ihnen da nie? Mensch, Hotte. Aber sag mal, Hotte, warum hast du denn die gleiche gesagt? Du bist doch nur über 40. Halt auf mit dem Alter, Mensch. Kavalier genießt und, na ja, bist du ja. Steig. War ich, das ist ein schöner Satz, ja. Na ja, wir sind eben manchmal etwas bürgerlich. Mensch, ich hatte nur Angst, ich haue den Herrn Mattutat in die Pfanne rein. Wieso das denn? Na ja, der Herr Mattutat war hier, wie die Herren richtig gesagt haben, mit dem Bus vom Jartenbauamt. Da wollte Hotte sprechen, nicht wahr? Und da hab ich ihm alles erklärt. Hab ich ihm auch erklärt, dass Hotte heute Geburtstag hat. Da hat er gesagt, dass er als Abteilungsleiter vom Jartenbauamt nur für Hotte eine ganz, ganz besondere Überraschung hätte. Nämlich nur endlich die Genehmigung, diesen Ast da abzusehen. Du würdest mit absoluter Sicherheit das Papier heute Morgen im Briefkasten finden. Na und weiter? Na ja, nischt weiter. Da hat Willi gesagt, na das machen wir ihm auch noch zum Geschenk und hat den Ast einfach abgesehen. Ach, wie war das also? Ja, ja, ich warte, ich warte. Würde, das gibt's nicht. Ja, ich gebe, ich konnte doch nicht zugeben, Mensch. Ich wusste doch nicht, dass du die Genehmigung nun gekriegt hast. Die liegt ja nur immer noch bei dir im Briefkasten und der Herr Mattutat hat gesagt, ich soll nie verraten, dass er das verraten hat, irgendwie Beamtengeheimnis oder so. Die haben ja auch ihre Sette da, ne? Du bist ja alles geklärt, ne? Tut mir leid für den Ärgern. Also ich wünsche dir noch weiterhin einen schönen Abend. Nee, nee, Herr Mattutat, Sie bleiben. Wir feiern jetzt gemeinsam den abgesägten Ast ab. Hanni, mach Musik, komm. So, meine Damen und Herren, die Sie da noch sitzen, dann darf ich Sie mal bitten, runterzukommen, meine Geburtstag ein bisschen mitzufeiern. Ja, können wir gratulieren, treten Sie nicht auf den Rasen und kommen Sie. Ja, können wir nicht auf den Rasen und kommen. Ja, können wir nicht auf den Rasen und kommen. Ja, können wir nicht auf den Rasen und kommen. Ja, können wir nicht auf den Rasen und versuchen, dass wir nicht auf den Rasen stehen wollen. Untertitelung des ZDF, 2020